Köpco! Nintendo! Und herzlich willkommen zu Megaman X für den Super-Line! Nintendo! Dein Spiel! Mit der Zukunft! Egal! Herzlich willkommen zu der nächsten Bit-Play-Ausgabe! Und diesmal spielen wir Megaman X! Und das Spiel habe ich noch nie gespielt! Muss ich ehrlich gesagt zugeben! Denn der Renier meinte gestern so zu mir, Hey, spiel doch mal Megaman X! Das ist voll toll! Hey! Ist so, hm, was soll ich denn mit dem Spiel? Er so, ja, spiel doch einfach mal! Es sei ja gut! Dann werde ich den wahrscheinlich total verkacken, ablosen und keine Ahnung was! Aber ich werde spielen! Und nächste Woche bekommt dann René sein Fett weg, ja? Und dann werde ich den, psst, aber, ne? Kein verraten! Nächste Woche wird der wahrscheinlich Ariel spielen! Mhm! Das habt ihr aber jetzt nicht von mir! Und... Naja! Es wird schön! So! Ich werde mich jetzt hier in diesem Spiel total blamieren! Bis zum geht nicht mehr! Ist mir auch scheißegal! Und, äh... Ich hoffe auch, dass diesmal jetzt die Aufnahme richtig läuft, weil... Ich habe eben gerade schon die ersten Aufnahme gehabt und dies mir irgendwie... Ich meine, Bild war da, war alles toll, aber der Ton hat gefehlt! Naja! Also spielen wir das Ganze nochmal! Was ja auch nicht so ganz schlimm ist, nicht? Zufällig wenigstens nicht so, wie ich es in der ersten Aufnahme gemacht habe! So! Wobei, in der ersten Aufnahme habt ihr sowieso noch nichts verpasst, weil... Da habe ich... Einfach nur gestattelt! Ha! Und... Überhaupt gar nicht gequatscht, ne? Ja! Wobei, man weiß auch eigentlich gar nicht... Ist es besser, nur das Spiel zu sehen? Ohne gequatscht oder... Hmmm... Mh... So! Warte jetzt! Nein! 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 Ah! Du blöd... Dingens da! Ja, ja, ja! Ist klar! Ist klar! Ja! Hab ich schon verstanden! So! Gab es Megaman denn nicht mal als Zeichentrickserie damals? Was? Ich meine, ja, ne? Ich meine, es gab tatsächlich ein Zeichentrink hier immer. So wie man es auch so von Mario kennt, ne? Wunderbar. Wir sind gerade abgestürzt und versuchen uns jetzt wieder hier ein bisschen hochzuklettern. So, da rüber. Und das wird jetzt nicht der Einzige bleiben, dass wir gleich noch ein paar mehr kommen von diesen Dingen. Und da haben wir den wieder. Genau. Der so aussieht wie eine Kartoffel. Nein, wie eine Biene. Oder sowas in der Art. Und ich bin gleich tot. Ja. Wenn ich nicht weiter aufbasse. So. Wieder hochklettern. Wieder dasselbe Spielprinzip. Und hier rüber. Springen. Oh, da habe ich mich immer noch gut halten können. Und da brückelt es schon so leicht hier auseinander. Warum nur? Bin ich zu schwer? Ist das schon zu alt? Oder keine Ahnung. Egal. Ich habe kaum Leben mehr. Oh Gott. Ja, das war sehr gut. Ja. Immer mehr von diesen Dingern. Die brauche ich nämlich dringend. Ah, komm. Was an Trottel. So. Hier rüber. Jetzt müsste eigentlich schon so langsam der Endbox kommen. Oh, war das so ein kleiner Spoiler von mir? Woher wusste er das? Wenn er das Spiel dann noch nie gespielt hat? Tja. Oh, oh. Da kommt ja noch einer. Ja, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich gehe drauf. Ich gehe drauf. Oh, da kommt ein Feuerball. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, ich bin doch nicht tot. Weil. Jetzt kommt. Und Feuer. Hi. Na? Brauche ich Hilfe? Klar. Brauche ich Hilfe. Okay. Das schaffen wir schon alleine. Ach ne. Die hauen ab. Ja. Mission erfüllen würde ich mal sagen. Lama, 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 lama. Lama, 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 lama. So. Okay. Ja, ja, ja. Schön, das freut mich. Das freut mich auch. Ja, 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 ja. Ja, ja. Meine Güte. Ich soll nicht so viel quatschen. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass die Musik total nervig ist. Also alle von diesen ganzen Niedern hier in dem Spiel sind irgendwie ganz schön eklig. Och, haben sie es jetzt? Ja. So. Wie mich weh, Scotty. Ha. So, also. Das hätten wir. Und jetzt können wir uns hier so ein paar Levels schon aussuchen. Und ich würde mal fast sagen... Ne, da verkacke ich zu sehr. Was nehme ich denn da? Ach komm, nehmen wir jetzt einfach diesen hier. Und zwar ist das... Flame Memo... What? Memo! Flame Memo! Mein Gott. Spricht man das denn genau aus? Also es ist irgendeiner, der auf jeden Fall richtig viel meckert. Ne? Ich habe auch auf Flamen gedacht. So. Ach ja, ich wundere mich schon, warum ich so langsam laufe. Aber das ist ja ein Fliechband. Oh, ein Laser. Da hat jemand versucht, mich hier wegzulasern. Ach komm. Ich sammle hier gerade schön Leben ein und dann kommt der nächste hier runter und muss mich hier... Oh oh. Nein. Na, 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 na. Hoch, hoch. Oh oh, ich habe nicht so viel Leben. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Das tut gut. Okay. Jetzt passiert erstmal eine lange Zeit nichts. Oh oh. Ja. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Ich habe schon verstanden. Ja, ja. Ich habe schon verstanden. Oh oh. Warum springst du da nicht rüber, du? Komischer blau angelaufener Typ, du. Megaman, Megaman. Also im Endeffekt ist es egal, ne? Ob man jetzt wartet oder... Oh so, jetzt kommt noch einer runter, ne? Hey. Oh, jetzt kommt noch einer runter, ne? Hehe. Pass auf, jetzt kommt noch einer runter, ne? Ja. Guck, die Katze hat immer einer runter. Ja. Jetzt bin ich getroffen worden. Oh oh. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Na. Ach Gott. Ich lache ja, das Spiel habe ich noch nie gespielt. So. Also man darf immer keine Vorwürfe machen, nicht? Ja, ja, ja. Jetzt kommt noch einer runter. Ja. Gut. Ich habe mich jetzt nicht so lange aufhalten lassen. Und drüber. Weg. So, du hast mich nicht getroffen. Du Flüder. Nein, 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 nein. Nein. Oh, nee, Mensch. Achso, der rutscht eh unter. Ach, komm. Als wenn ich jetzt Lava springe, nur um mir Leben zu holen. Das ist ja echt einer Waffel. Das tut gut. Das tut gut. Das tut gut. Volles Leben. Und jetzt hier drauf warten. So, jetzt Concentration. Concentration. Okay. Okay. Concentration. Immer noch Concentration. Na, kommt er jetzt nochmal auf? Ja, er kommt nochmal auf. So, jetzt springen rüber. Ja. Jetzt bin ich schon mal ein Stückchen weitergekommen. Ne? Das ist toll. Okay. So. Ach, komm. Ich bin auch gelaufen. Interessant, wie man hier an der Wand hochklettern kann. Man braucht noch nicht mehr Hindernisse. Es geht auch so. Und zack, zack, zack. Ist ja doof, dass er hier nicht ducken kann. Ja, komm. Ich hab schon verstanden. Du unglaublicher... Irgendetwas. So, ich... Kommt das Ding nicht runter? Ne, scheinbar nicht. Achso. Mhm. Hab ich auch verstanden. Mhm. Komm, Mama. Hier ist ruhig auch ein Superheld. Yay. 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 Äh. Oh. Okay. Ach, die kann man gar nicht abschießen. Ah, ich bin dort. Ähm, gut. Was könnte man noch spielen? Ich find das Spiel total... ...doof. Spiel mal das Spiel. René. Ah, wild. So. Das war auch das Letzte, was ich mache. Dann dürften eigentlich dann die... Und was für ein Superheld ist das denn? Der... ...Stink-Chameleon. Äh. Gut. Was wollte ich vorhin sagen? Ach, egal. Ach ja, Bäume, die mit irgendwelchen Technik-Zeugs ausgestattet sind. Das ist auch interessant. Neuerdings wachsen die nicht mehr von ganz alleine. Nein. Man muss die jetzt sogar noch... ...irgendwelchen Technik ausrüsten. Damit die wachsen können. Ach. So, die kann man gar nicht kaputt machen. Doch, eigentlich schon, aber... Ich hab dich erwischt. Und wieder volles Leben. Wunderbar. So. Ah. Aha. 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 Ja, komm. So. So. Didi-di-di-di-ding. Didi-di-di-di-ding. Ach ja. Ich werde natürlich wieder getroffen. Und zack. Die Bum, die weg. Und ich werde wieder getroffen. Wann ist das eigentlich mal vorbei hier? Ah, so wie es aussieht gleich. Achso. Ja, warum nicht? Ja, komm. Es kommen immer wieder neue Kreaturen hier. Ich laufe jetzt einfach. Das ist mir echt so blöd. Achso, ja, natürlich. Komm hier. Ach, Leute, ich habe noch Leben gesammelt. So, ich bin jetzt tot. Was ist denn das? Wie geil ist denn das? Cool. Aber ein bisschen nicht so sehr beweglich, wie ich finde, wa? Ist das denn ein Transporter-Plattform? Nee. Ich weiß gar nicht. Was ist das denn für komische... Na komm, springen. Ja. Ähm, ich will da hoch. Kann ich denn da jetzt... Hä? Okay. Er ist irgendwie vorhin abgesprungen. Ich habe keinen Plan, wie der jetzt vorhin abgesprungen ist. Weil ich wollte oben eigentlich Leben einsammeln. Aber... Das schafft ihn. Das schafft ihn nicht. So, weg. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Und tschüss. Ach so. Ich bin gerade außer Funktion. Oh, nee. Kommt jetzt wieder ein Gegner? Guck mal, ich habe noch einen Strich. Und dann soll... Ah, das verkanke ich doch eh. Ja, nee, ist klar. Natürlich. Der Profi nur einmal zu treffen, dann bin ich schon weg. Soll ich doch. Also, ich weiß nicht. Aber so das Level zu spielen, macht wenig Sinn. Oh, ich habe wieder volles Leben. Und das denn? Gott, das dauert jetzt wieder lange. Enttarnig. So. Jetzt kriegst du volles Leben. Und jetzt sprengst du ein bisschen rum. Und jetzt geht's los. Ich darf mich von diesen spitzen Gegenständen nicht... erwischen lassen. Oh Gott, was? Bitte? Komm mal runter. Oh, das geht doch um meine Ecke. Oh. Wie will man denn da... Wie will man das dann da dann gewinnen hier? Also, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt war kacke hier, ne? Dann, 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 dann... Was hat die mit Bitly? Und das liegt nicht daran, dass ich so viel fail oder sonst irgendwie... Ich habe es noch nie gespielt, also... Da, ja... Oh, Mann. Komm, du blödes Chamäleon. Zeig dich. Ach, ne. Zeig sich ja schon. Ich will dich platt machen. Na ja, geil. Ach, das ist doch echt Käse, ey. Ich frage mich, wie ich den dauerkriegen soll. So, ein beschissenes Ende hier. So. Mir ist das ja scheißegal. Ich mache jetzt zu. So. Die 20 Minuten sind jetzt eh fast um. Und, äh... Oder die sind mittlerweile um. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aktuell. Na ja, jedenfalls... Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh... Was der René nächste Woche sagt. Ja, das habe ich viel. Ähm... Ich weiß nicht. Vielleicht ist das ja Arie... Ich weiß es nicht. Ja. Ich schaue mal. Ne? Ja. Was der nächste Woche zocken soll. Und muss. Und so weiter. Keine Ahnung. Ne? Weil der hat mich ja eh jetzt zu Mega Man X genötigt. Ich werde ihn dann zu irgendeinem anderen Spiel nötigen. Was auch immer. So. Ich bin raus. Bis nächste Woche Freitag. Bis zur nächsten Bitplay Ausgabe. Und, äh... Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.